Ich habe dann mit meinem Mann drüber gesprochen und sagte, pass auf, wenn ich das mache. Das ist schon ganz schön, naja, erstmal kostenintensiv, aber ich glaube, die sind gut. Ich glaube, mit denen ist das anders. Das ist nicht wie Ablassbriefe für die Babys bezahlen, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass du dauerhaft abnimmst. Für euch ist es wichtig, dass ich das halten kann. Ich kann nicht sagen, wie es für andere nachher ist, aber für mich war das gut investiert. Willkommen zu einem neuen Interview. Heute zu Gast einmal Gina-Marie. Gina-Marie ist bei uns Coach und Alexandra, stell dich am besten kurz selbst vor. Wo kommst du her, wenn du möchtest, was machst du beruflich? Ja, das reicht erst mal. Wie alt bist du noch? Also ja, ich bin Alex, ich wohne hier in Hannover, ich arbeite in der IT und ich bin 50 Jahre alt. Okay, gut, dann fangen wir mal, wie so oft chronologisch an. Das Thema Abnehmen oder das Thema Körpergewicht, war das für dich schon immer ein Thema oder wurde das jetzt in den letzten Jahren ein Thema oder schon zu Teenager-Zeiten? Ja, also es war eigentlich schon immer ein Thema, aber früher, sage ich mal, kein Problem. Also ich war das dicke Kind, das dicke Mädchen im Ballett, der dicke Teenager oder der Übergewichtige, aber jetzt nie so schlimm, schlimm. Es war immer so in der Sparte, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja. Und ich habe viel in der Jugend, viel Sport gemacht und damit war ich muskulös und es ging halt immer. Und irgendwann dann mit dem Studium begonnen und alles, was vorher war, hinter mir gelassen und von einem Tag auf den anderen keinen Sport mehr gemacht und fortan zugenommen. Dann mal wieder mit den großen Bs abgenommen, wieder zugenommen, wieder abgenommen. Also ja, es war aber schon so, dass ich irgendwo an dem Punkt war, ich dachte, ja gut, das ist halt so. So einmal zur Hochzeit abgenommen, dann nach der Scheidung wieder. Aber ja. Okay, das heißt, du hast aber schon Abnehmversuche in der Vergangenheit unternommen und immer mal wieder. Ja, ich bin schon so, dass ich so mal 75 Kilo erreicht habe, kurz, weil bisher waren es halt Versuche. Man hat das eine Zeit lang gemacht und dann hat man aufgehört, irgendwelche Punkte oder was auch immer zu zählen und dann ist das flott wieder hochgegangen und meistens über das hinaus, was es vorher war. Bis wohin ist es gegangen, gewichtstechnisch? Also zu einer ganz schlimmen Zeit waren es mal 95 Kilo. Dann eben kam nochmal ein Versuch, dann habe ich so bei 90 mich quasi befunden, als ich dachte so, jetzt hast du hier durch Pandemie und zu Hause sitzen quasi, du bist kurzatmig, du bist, damals war es ja noch kurz vor 50, so dieser Meilenstein, du bist 50, wenn du so weitermachst und das, ja, bist du irgendwann krank und das wollte ich nicht haben. Das, ja, es war nicht mal so sehr in dem Moment, ich will toll aussehen oder super schlank sein, sondern ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt das Ruder nicht ernsthaft rumreiße und das anders mache, dann werde ich unweigerlich irgendwann Diabetes haben oder irgendwann die Gelenke schmerzen und ich sehe das halt in der Verbandschaft und wo ich so denke, hey, ich möchte gesund bleiben. Ja, okay. Und wie kam dann so der allererste, ja, ich sag mal Kontakt oder der Berührungspunkt mit, jetzt mit Barman Coaching zustande? Also Auslöser, dass ich überhaupt dachte, soll jetzt, war, dass mein, wir hatten das erste Mal letzten Sommer wieder so eine Art Grillfeier bei uns und ein Kollege hat Fotos gemacht. Wie habe ich den gesehen? Dann dachte ich, so, okay, man macht ja normalerweise nur so diese hübsch Selfies mit nach oben gucken, wo du so ein bisschen, okay. Ja, ich habe die Fotos gesehen und dachte, nee, boah, jetzt, jetzt aber. Ja. Und habe dann von einem Online-Kollegen gehört, dass der mit einem Coaching abgenommen hat. Das war jetzt nicht ihr. Ja, Coaching. Nee, war nicht ihr. Und dann dachte ich, naja, ich google mal nach Coaching. Und ich habe euch nicht direkt aufgerufen oder sowas, sondern habe das gleich wieder zugemacht, dass der Herr, weiß nicht, Coaching. Ja, aber fortan wart ihr natürlich im Suchverlauf, ne, plöpp, aufgeplöpp, war mal ein Coaching. Hm, dachte ich, habe ich eure Videos geguckt und dann dachte ich, ah, was ist das? Und die Interviews angeschaut und mir gedacht, naja, ne, also alles über YouTube eigentlich nur. Und da dachte ich, Moment, die sind aus Hannover. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich da vorbeifahren, dem gegen Schienbein treten. Aber, ja, es hat dann, weiß ich wie, vielleicht zwei, drei Tage gedauert. Und dann dachte ich, gut, okay, ich rufe jetzt mal an. Oder ich habe das Knöpfchen gedrückt, ruft ihr mich mal an. Und, ja, so kam es zustande. Das heißt so, dass du aus dem gleichen Ort kommst, wie wir, oder dass unser Büro hier ist, war nochmal so ein Vertrauensbonus. Ja, so ein bisschen die Hemmschwelle hat es nochmal ein bisschen runtergenommen. Aber ich denke mir... Aber du bist nicht hier vorbeigefahren? Nein, ich bin nicht vorbeigefahren. Da wart ihr auch, glaube ich, noch nicht hier. Da wart ihr, glaube ich, noch in der Stadt. Genau. Aber ich bin... Ja, es war jetzt nicht das Entscheidende. Aber letztendlich warst du der Entscheidende. Weil ich habe ja dann ein paar andere Coaches und so weiter gesehen. Und die waren, ganz ehrlich, du bist super professionell. Aber du kommst einfach total, ja, lässig rüber und normal. Und nicht so gestellt wie diese, hey, ich bin jetzt hier der ganz Tolle, was weiß ich was. Sondern du sagst, was Sache ist. Und das fand ich so mega sympathisch. Oh, cool. Danke. Ja. Okay. Und dann hast du dich auf das Erstgespräch eingetragen. Wie war das Erstgespräch dann für dich? Oder warte mal für die Zuschauer. Also es gibt das Erstgespräch und danach gibt es dann nochmal das längere Beratungsgespräch. Ja. Genau. Also das Erstgespräch war ja das mit den Dollarzeichen, glaube ich. Hatte ich mir natürlich vorher überlegt, naja, wie viel würdest du denn so... entspannt investieren wollen? Was könntest du dir vorstellen? War das Gespräch und dann kam die Zahl und die war ungefähr doppelt so viel wie das, was ich mir hätte entspannt vorstellen können. Aber das Gute war, ich habe dann mit meinem Mann drüber gesprochen und sagte, pass auf, wenn ich das mache. Das ist schon ganz schön, naja, erstmal kostenintensiv. Aber ich glaube, die sind gut. Ich glaube, mit denen ist das anders. Das ist nicht wie Ablassbriefe für die Babys bezahlen, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass du dauerhaft abnimmst, weil dann versiegt die. Und für euch hatte ich halt den Eindruck, okay, für euch ist wichtig, dass diese Erfolgsstories auch langfristig bleiben. Für euch ist es wichtig, dass ich das halten kann. Und dann... Wieso dachtest du das? Warum hattest du das Gefühl? Naja, ihr seid halt kein Multimillionen-Dollar-Konzern. Und ich glaube, für euch ist es halt wichtig, dass... Also heutzutage, glaube ich, ist es... Wenn du in den Medien keine guten Rezessionen bekommst oder die Leute hinterher sagen, ich habe aber hinterher wieder alles zugenommen, dann ist es für euch schon ein Anliegen, dass das nicht so kommt und dass die Leute dranbleiben und ihr Zielgewicht auch halten. Ja. Und das habe ich halt... Ja, was hat dieser Million-Dollar-Konzern davon? Nix. Die sind so groß, die wollen, dass du weiter für immer möglichst da Geld bezahlst. Und das ist jetzt eine Investition. Und für mich war die super im Nachhinein natürlich jetzt betrachtet. Ich denke mir klar, es war am Anfang so ein bisschen... Huh, okay. Mann, du bezahlst unseren Urlaub dieses Jahr. Aber ja, ich kann nicht sagen, wie es für andere nachher ist, aber für mich war das gut investiert. Okay. So, dann war das Erstgespräch. Dann hast du dich auf das Beratungsgespräch eingelassen. Vor allem, nachdem du gesagt hast, okay, ist eine Stange Geld, aber grundsätzlich wäre ich da schon bereit zu investieren, wenn ich da jetzt wirklich ans Ziel kommen sollte. Wie war das Beratungsgespräch dann... Oder wie hast du das Beratungsgespräch mit Diana empfunden? Ähm, das war... Ja, Diana ist einfach mega sympathisch. Und zwar offen und halt, ja, wie ich das bei euch allen halt bisher erlebt habe, so ungekünstelt und schon halt einfach überzeugend. Und so, ja, Mensch, hier, das sind wir, das machen wir. Und so könnte das ablaufen. Und das und das könnten wir uns mit dir vorstellen. Und ich war dann echt so ein bisschen aufgeregt. So, erfülle ich die Kriterien überhaupt? Sagt ihr mir nachher zu? Sagt ihr, ja, Mensch, komm, wir können es uns mit dir vorstellen. Oder, ne, weil ich wollte es zu dem Zeitpunkt schon so sehr. Und ich dachte mir, hey, das willst du jetzt machen. Ich habe dran geglaubt. Das war richtig. Okay, das heißt, so Zweifel, so gab es die noch so, ich sag mal, so haben die ersten ein, zwei, drei Tage, waren da Zweifel da noch, dass vielleicht das Ganze nicht klappt? Oder dass das jetzt ein Fehler war, sich dafür zu entscheiden? Ähm, ich hatte weniger Zweifel daran, dass ich die Abnahme mit euch schaffe. Ich hatte die Sorge und eben auch die Angst, dass den vorherigen Versuchen, ähm, dass ich es nicht halten können würde. Das war auch der Grund, weshalb ich am Anfang, als ich mal fragte, ob ich auch ein Interview machen würde, gesagt habe, ja, aber nicht so schnell. Ich möchte erst mal eine Weile in der Haltung sein, um dann zu sehen für mich, das klappt und das bleibt auch. Und das, ähm, das war ja zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht, also wo ich noch in der Reduktion war und da konnte ich mir das Anfang noch nicht wirklich vorstellen. Und ja, ich bin tiefenentspannt. Es läuft. Ja, okay, zur Info. Wir nehmen das Interview jetzt ja quasi nicht ganz ein halbes Jahr, aber fast ein halbes Jahr nach Ende der Zusammenarbeit auf. Ähm, gut, für die, ich sag mal, oder die Fakten, du bist bei uns mit 88, oder knapp 90, sag ich jetzt einfach mal, gestartet. Und Stand jetzt, wie liegst du bei? Bei 68. Okay, und am Ende der Zusammenarbeit lagst du bei 70, ne? Ähm, Ende der Zusammenarbeit war ich, weiß ich wie, 70, 71 rum, bin dann nochmal eben weiter runtergegangen, weil es fehlt ja, dass man immer ein bisschen weiter macht, als das, wo man dann nachher bleiben möchte. Und ich wollte halt unter der magischen 70 sein und bin dann auf 67,5 noch runter. Und dann habe ich mit dem, ähm, ja, mit dem Refeed, mit dem Reverse Dieting begonnen. Und, ähm, ist super. Wenn man mit den, ähm, ja, mit der Reduktionsphase super klarkommt, mit dem, ähm, mit den Kalorien, die man da zu sich nimmt, und dann ist natürlich das, was ich jetzt zu mir nehmen darf, voll der Luxus. Ja, wie, ich sag mal, jetzt nochmal zurückgesprungen an den Anfang der Zusammenarbeit, gab es so konkrete Erwartungen, die du dann so hattest, dass du sagtest, oh, hoffentlich sieht die Zusammenarbeit dann auch so und so aus, oder war es so, dass du so gar kein, an sich keine Erwartungen hattest, außer, dass es klappt? Ähm, ich hatte eigentlich, ich war offen für alles. Also, ich hatte recht wenig Erwartungen. Ich dachte mir, irgendwie machen die da schon. Ähm, die werden mir schon sagen, was jetzt passiert. Und, ähm, es war für mich ganz gut, dass ich mir auch die Sachen halt raussuchen konnte und intensiv nutzen konnte, die mir lagen, sag ich jetzt mal. Ich war, glaube ich, nur in zwei von den Zoom-Calls, weil ich, so viele Menschen, das ist einfach nicht so meins. Ähm, ähm, hab dafür eben jeden Morgen schön mit euch whatsappt. Das war klasse. Das war so das Gefühl haben, ja, da ist wer, der prägt dich schon jeden Morgen an, wie läuft's, und, ne, bist du auch dran und was machst du, und können wir dir irgendwie helfen? Und das war super. Und, ähm, ganz ehrlich, mir haben die Videos so viel gebracht. Also eure Videos, ich hab immer gegibbert, auch wann kommen die nächsten, weil da hab ich enorm viel rausgezogen. Ich hab auch versucht, vieles von dem, was du eben da, ähm, schreibst und erzählst, halt umzusetzen. Das hat so, so viel geholfen, vor allen Dingen hier. Ja, im Kopf hat das eine ganze Menge bewegt. Und, ähm, ja. Ja, cool. Und, ähm, was hat dir an der Zusammenarbeit denn so am meisten gefallen? Also du hattest jetzt ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, äh, wir und auch die Videos waren so hauptsächlich das, was du am meisten auch genutzt hast. Genau. Ähm, also der Kontakt mit euch. Nicht mal, dass ich das Gefühl hatte, ich, ähm, brauche euch ständig, oder, aber dieses Gefühl, ihr seid da, ihr seid immer da. Egal, ob ich jetzt, ähm, welche Uhrzeit ich da was schreibe, es kommt in der Regel, spätestens am nächsten Morgen, habe ich eine Antwort drauf, oder es kommt was. Dieses Wissen, ich könnte jederzeit, und da ist wer, und da ist wer, der im Hintergrund, ähm, einfach mein Fallback ist, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich brauche mal wen, denen ich jetzt meinen Frust drüber sage, dass mal was irgendwie nicht so super funktioniert hat, oder ich das Gefühl habe, Mensch, ja, äh, ist, ja, das war, das war spitze. Und, ähm, gesagt, die Videos sind für mich auch so dieses, ich kann sie immer wieder, oder ich konnte sie immer wieder angucken, mir die Sachen nochmal verinnerlichen, und, ähm, Hast du manche Videos mehrmals angesehen? Ja. Okay, äh, vielleicht, ich sag mal, schwierige Frage, aber gab es so eine größte Erkenntnis, die du so aus der Zusammenarbeit gewonnen hast? Ja, also du hast mir bewusst gemacht, wie negativ meine Einstellung war, und wie oft ich mich selber runtergezogen habe, und wie wenig selbstbewusst ich war, und, ähm, das hat sich ganz stark gewandelt, alleine durch dieses hier, wir brechen diese Spirale mal auf, und versuchen mal Schritt für Schritt zu sagen, hey, ich gucke in den Spiegel, vielleicht glaube ich noch nicht hundertprozentig dran, aber ich sag mir trotzdem, du bist cool, das wird, das ist voll klasse. Und, ähm, da immer mehr reinzurutschen, so, dass ich heute manchmal am Spiegel, oder wenn es sich irgendwo im Fenster, das Spiegel vorbeigehe, denke, hups, hey, das bin ich, so, wie geil, das was denn? Ich hab neulich in diesen, diesen Spiegel, diese Spiegeltüren im Schlafzimmer, und ich stand davor, und hab nichts großartig gemerkt, und stand aber so in der Mitte, und dann trete ich zur Seite, und merke, oh, dir ist gar nicht aufgefallen, wenn ich denn in dieser Mitte stehe, dann sah ich genauso aus wie früher, weil das verzerrt dann, und das ist mir nicht aufgefallen, und erst als ich den Schritt daneben bin, wo ich mich jetzt, sehe, wie ich jetzt bin, dachte ich mir, hey, ja, wie geil, also manchmal erkenne ich mich noch nicht wirklich, das, ja, ja, cool, das heißt, das ist was quasi, am Anfang sagt man es, glaubt nicht so dran, und sechs Monate später, hat man es dann doch erreicht, ja, und was bin ich eitel geworden, das war ich vorher gar nicht, das ist vielleicht so ein negativer, Nebeneffekt, wo ich so, oh, komm, man kann doch ein bisschen mit Mode und sowas, vielleicht fange ich mit irgendwann an, mich zu schminken, oder so, ich weiß es nicht, aber, ja. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es ja nicht verkehrt, also eitel ist natürlich ein negativ behafteter Begriff, aber, einfach sich selber gefallen, das war, das ist ein positiver Nebeneffekt, mit dem ich eigentlich gar nicht so richtig gerechnet hatte, ich wollte gesund bleiben und werden, und fitter werden, und nicht mehr, keine Ahnung, bei jeder Treppe zu japsen, und, mit 20 Kilo weniger ist das so viel einfacher, ja, jetzt, ähm, hatten wir ja auch kurz vor dem Interview das angesprochen, oder ich hatte es angesprochen, Thema Schilddrüse, dass du ja auch, äh, ne, ne Unterfunktion hast, beziehungsweise da, ähm, ähm, älthyroxin oder Medikamente nimmst, war das auch ein Punkt zu Anfang, wo du dachtest, okay, vielleicht kommt deswegen mein Übergewicht, oder vielleicht liegt es daran, und ich kann da gar nichts für, oder war das eigentlich nie ein Thema für dich? Ja, das wünscht man sich, ne? Oh, es liegt nur an der Schilddrüse. Aber ich kriege die Frage häufig auf Instagram, deswegen, für den Zuschauer, der jetzt vielleicht mir diese Frage mal gestellt hat, die Frage jetzt mal an dich. Also, ich, ich nehme die, ähm, die Medikamente schon seit 10 Jahren, und denke, weil es eben auch immer wieder kontrolliert wird, dass ich da recht gut eingestellt bin. Mhm. Insofern, äh, bin ich wie jeder, der sie nicht nimmt, oder sozusagen, nein, der sie nicht braucht, ich bin gut eingestellt, und, ähm, das ist okay, und ich glaube, für mich persönlich, aber ich bin kein Mediziner, ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied für mich macht, ob ich jetzt die nehmen muss, oder nicht. Ja. Ähm, ich denke, nö, ich glaube nicht, dass das, ähm. Hast du das Schilddrüsen, äh, das Schilddrüsenmodul überhaupt angesehen dann, schlussendlich, ähm, bei uns? Ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, war das schon da, als ich, ähm, bei euch war? Weiß nicht, ob ich das nochmal angesehen habe. Also, ich hab, ich hab mal, das zu den Blutwerten, hab ich mir angesehen, grundsätzlich, und, ähm, aber auch da sehe ich zu, dass ich immer meine ganz regulären Checkups habe, und da auch, ähm, ähm, ja, ich hab mich jetzt aber nicht, wie du es ja auch manchmal empfiehlst, zu sagen, hier, mach mal noch die Werte oder jene Werte. Das hab ich nicht gemacht, ähm, ich fühl mich so wohl, und, äh, wenn mein Doc, dem ich wirklich vertraue, ähm, sagt, hey, cool, cool, Haken, alles super, passt, dann ist es prima. Und jetzt hast du ja gesagt, du bist 50, das Thema, weil ich es auch gerade da vorne sehe, den Wechseljahre-Guide, der ja, ich sag mal, bei uns im Coaching auch einen, einen Platz einnimmt, war das für dich ein Thema, das aufkam, dass du merkst, okay, ich hab, ich hab gewisse Symptome oder, ähm, ich merke da, dass ich in den Wechseljahren bin, ähm, oder auch eher weniger? Es ist schwierig, das ist ja eine Übergangsphase, und, ähm, man weiß nicht, wann, wann hat's begonnen, das beginnt ja schon relativ früh, endet quasi nie oder echt sehr spät, ähm, insofern weiß man, oder weiß ich nicht genau, in welcher Phase ich jetzt tatsächlich bin, klar, es, meine Tage gehen runter und rüber, also, es ist alles, ähm, ein bisschen nicht mehr so oberweckmäßig wie früher und alles etwas seltsam, ähm, ähm, man verändert sich natürlich körperlich, wenn du 50 bist, wie gesagt, deswegen hatte ich auch gar nicht so den, den, ähm, Eindruck, ich muss jetzt unbedingt hübsch werden durch das Abnehmen, sondern ich will gesund sein, und, ähm, klar weißt du, du wirst nicht mehr, vielleicht nicht mehr die straffste Haut dieser Welt haben, ist so, mein Bauch hängt halt jetzt, so what, so, ist mir doch egal, ich sehe jeden Tag, was ich geschafft hab, und, ähm, ähm, ja, ich bin gespannt, das wird eine Phase, und das wird sich auch weiterentwickeln, aber es, ähm, es macht mir jetzt keine Angst mehr, dass ich nur noch weiter auseinandergehe, ich glaube, es ist so eine gewisse Trägheit, und auch, ähm, ein bisschen, ähm, psychische Belastung dadurch, ähm, es schon nicht von der Hand zu weisen, grundsätzlich, aber, was jetzt wirklich Henne oder Ei ist, ob das jetzt wirklich, ähm, Auslöser war oder ist, naja, okay, ähm, jetzt geht's mir gut. Du hast ja gesagt, äh, du bist ja jetzt so bei 68, so roundabout, wann war, oder wie lang ist es her, dass du dieses Gewicht auch über so einen längeren Zeitraum von sechs Monaten gehalten hast? Oder wann war es das letzte Mal der Fall? Ich, ich hab euch neulich ein Foto geschickt, da war ich 14. Ich hab, ähm, neulich mein erstes Tanzschulabschlussballkleid aus, aus irgendeiner alten Schrammelkiste rausgeholt, und es passt. Wie angegossen. Ich war 14 damals. Also, ich hatte dieses Gewicht als Erwachsene nie. Also, ich hab's maximal geschafft, mal kurzzeitig 75 Kilo zu haben und dann ging's wieder hoch. Aber, ähm, als Erwachsene hab ich das Gewicht nie gehabt. Im Prinzip war es vor 36 Jahren. So ungefähr. Ja, reichen wir auf dieser 50 rum. ja. Nein, okay. Genau. Wie haben denn, oder hat dein Umfeld auf deine Abnahme reagiert? Oder wie haben die reagiert? Ich meine, dann kannten die meisten dich ja auch gar nicht anders. Richtig. Oder die kannten dich jetzt nicht so, wie du jetzt bist. Richtig. Ähm, die meisten sehr positiv. Mhm. Klar, kriegst du mal von dem einen oder anderen mit einem schlechten Tag, hattest du die Frage. Aber es war schon absichtlich mit der Abnahme, Bist du nicht krank? Nein, ich bin nicht krank. Alles gut. Hey, ich seh aus wie das blühende Licht. Na, okay, ich bin ein bisschen verschlafen vielleicht. Ja, die meisten positiv. Klar kamen so die Klassiker auch mit, aber jetzt reicht es doch langsam und so mal irgendwann zwischendurch, wenn ich so dachte, Mama, nein, das ist gut. Aber du kriegst dann vielleicht ein ganz eingefallenes Gesicht, nehme ich in Kauf. Ja. Ne, also im Grunde durchweg, durchweg positiv und das ist natürlich auch schön, wenn dann die Kollegen sagen, hey, gibt, oder bekommst du auch mit, wie dann Leute mit dir über das Thema Abnehmen sprechen wollen oder dich fragen oder wie wirst du dann nach Tipps gefragt oder? Ja, also hatte ich bei zwei aus meinem Bekanntenkreis. So bei dem einen dachte ich, okay, meins noch nicht ernst genug. Also ich hatte bei beiden so das Gefühl, ich will jetzt nicht genug nachfragen, weil dann müsste ich ja hinterfragen und dann so diese Hemmschwelle, ich müsste halt ernsthaft auch wirklich was tun. Die sind noch nicht an dem Punkt, glaube ich. Ja, verstehe. Das ist eine Freundin von mir, die ist immer super schlank gewesen und hat jetzt halt auch in der Zeit zugenommen. Das sind ganz andere Dimensionen als ich. Die ist für mich immer noch schlank, aber die hat da, kämpft jetzt halt mit den Wellen und kann sich noch nicht so richtig durchringen, glaube ich. Und der andere Kollege hat eigentlich auch immer so eine Diätkarriere, wo ich denke, das ist die Nachhaltigkeit. Machen, musst du dir noch Sorgen, dass das Gewicht wieder hochgehen könnte? Nö, voll nicht mehr. Wann kam so der Punkt, wo du dir keine Sorgen mehr gemacht hast? Das war ich, da war dieser Versicherungsmensch bei uns, der mir vorgerechnet hat, als ich so schon zehn Kilo abgenommen hatte und dass ich ja doch schon noch sehr übergewichtig sei und dass ich deswegen so. Und abgesehen davon, dass ich dachte, zum Teufel mit dir, dann dachte ich in dem Moment, ach doch, doch, ich komme da hin, ich weiß das und ich werde das halten. Das war so das erste Mal, dass ich dachte, ja klar, glaubst du mir das jetzt nicht und ich sehe die Skepsis in deinen Augen, aber in dem Moment wurde mir bewusst, doch, das ist jetzt eine ganz andere Nummer als das, was ich vorher gemacht habe. Das ist eine Umstellung und das, was du immer sagst, mach die Dinge, die du auch in zehn, zwanzig, dreißig Jahren noch machen wirst und nicht irgendeine Diät, die danach aufhört und das wieder zu. Das ist vollkommener Schwachsinn. Ja, gibt es so zukünftige Pläne, deine nächsten Schritte? Sagst du einfach jetzt so weitermachen, wie du es die letzten fünf Monate gemacht hast? Ich hatte mir überlegt, ob ich noch weiter auf, ob ich die 65 noch knacken möchte, aber auch gesagt, okay, ich gebe mir jetzt erst noch mal ein bisschen Zeit und mache noch ein paar Monate erst mal, dass ich halte. Vor allen Dingen, weil es ist im Moment ohne die Reduktion, ich habe so viel Energie. Ich habe tatsächlich, es ist erst einmal die Woche, aber ich gehe einmal die Woche jetzt zum Sport und ich habe so viel Spaß, da habe ich mich auch ewig vorgezielt, weil ich immer was machen wollte, das mir Spaß macht. Weil es mir sehr schwerfällt, Gewohnheiten auch wirklich zu Gewohnheiten werden zu lassen. Deswegen bin ich auch noch nicht so gut drin. Also war so mein Trigger, mach was, was dir Spaß macht. Und dann habe ich das aber lange von mir hergeschoben, weil ich habe es immer geliebt zu tanzen. Immer. Und ja, dann habe ich dann eben mit ganz vielen Menschen, die sportlich sind, drüber gesprochen, die mir alle gesagt haben, ja, mach es, trau dich doch. Trau dich so, ja, aber dann bin ich 50 und bin die Älteste in dieser Hip-Hop-Klasse. Und dann, ja, irgendwann dachte ich dann so, scheiß drauf. Ich habe da, bin aufs Klöpfchen gefallen auch, habe gesagt, anmelden. Und jetzt bin ich seit zwei Monaten, gehe ich einmal die Woche zum Hip-Hop-Dank. Ja, ich bin die Älteste, aber ich meine, es ist die Erwachsenen-Klasse. Es ist nicht so wie diese Irrendieder, wahnsinnig, egal. Trotzdem, ich komme mit und ich kann das und das macht so viel Spaß. Das ist so geil, ich fahre mit dem Rad hin, ich fahre mit dem Rad zurück. Das ist, ja. Ne, cool. Gut. Finde ich auch. Noch nicht viel, aber... Na, was ist nicht viel? Macht Spaß. Zu nichts vorher ist das hundertprozentig. Ja, definitiv. Gibt es in deinem Umfeld Personen, denen du das Coaching empfohlen hast? Und wenn nein, die Frage generell, gibt es Personen, die du das Coaching... Oder welche Voraussetzungen müssten Personen erfüllen, sagen wir es mal so, damit du sagen würdest, okay, denen kann ich das Coaching auch besten Gewissens empfehlen? Also ich habe es meinem Bekannten sozusagen empfohlen, eigentlich noch einem zweiten auch, aber ich glaube, sie sind eben noch nicht an dem Punkt. Und ich denke mal, ich würde es jedem empfehlen, der es ernsthaft will. Jedem, der nicht nur so, ah, ich müsste und ich sollte und ich wollte, aber ich schiebe mir noch mal einen Riegel rein, sondern jeder, der sagt, so jetzt aber und für immer. Ich bin an dem Punkt, wo ich vielleicht noch fünf vor zwölf, ich bin noch nicht krank, ich bin noch gesund, es geht mir eigentlich gut, aber jetzt möchte ich es angehen. Dann ist das perfekt. Also wer entschlossen ist, es zu tun, der kann das machen und der kriegt jede Unterstützung von euch, um eben dauerhaft dran zu bleiben. Und das ist, ja, ihr gebt uns die Werkzeuge, damit wir es hinterher auch schaffen und behalten und das ist klasse. Ja, okay. Danke, dass du heute hier warst. Zeit ging wahrscheinlich doch schneller rum im Interview als gedacht, oder? Nee, okay, dann, ja, danke, dass du zugesehen hast und wenn du dich vielleicht darin wiedergefunden hast und aktuell auch gerne abnehmen möchtest und das nachhaltig, dann lass uns gerne unverbindlich miteinander sprechen. Grub dich auf janbarmann.de auf ein kostenfreies Erstgespräch und dann werden wir auch deine Situation anschauen und schauen, wie du über die nächsten, in deinem Fall sechs Monate, nachhaltig an deine Wunschfigur kommst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020